So, neuer Versuch. Ich habe eben gerade schon versucht aufzunehmen, aber irgendwie hat das Spiel gerade dermaßen krass geleckt. Also ich konnte mich gar nicht mehr richtig bewegen, hatte nur noch Standbild und war instant tot. Ich habe versucht gegen so eine kleinen Vögelchen da zu kämpfen. Das ging gar nicht. Ich konnte mich weder bewegen, noch blocken, noch kämpfen oder mich irgendwie verteidigen. Das versuche ich jetzt einfach nochmal. Ich kann mir aber auch nicht erklären, warum das jetzt so ist, weil ich nehme da... Also das ist jetzt locker die vierte Folge in Folge, die ich jetzt aufnehme. Eine Folge geht so, ich sag mal, 40 Minuten. Das heißt, 40 Minuten mal 4, ich sitze hier schon eine Weile. Und ich habe keine Ahnung, was eben gerade war. Auf jeden Fall kam hier die kleine Horde von Vöglein an. Die sind jetzt weg. Okay, jetzt kommen Raider mit Haftminen oder anderen Robotern, aber das brauche ich. Cool. Hm, nett. Und hier oben kamen so ein paar Kampfdruinen langspaziert und die haben mich gerade gekillt. Also ich mache jetzt das dritte Mal diese Aufnahme. Und, äh, ich weiß auch nicht, wie ich... Kein Problem. Nicht schlimm. Ähm, wie ich das jetzt löse? Kannst du nochmal so eine Haftminen holen? Nee, ne? Mist. Braucht die. Dummerweise. Ah, ja, ich wollte einfach nur die andere Seite hier noch erkunden, weil ich das... Jetzt fängt das wieder an. Hä, was ist das? Äh, da Finne, krass. Irgendwas ist hier. An bestimmten Punkten des Spiels... Es tut mir furchtbar leid, aber weil irgendwie haut es mir so krass die Performance hier weg. Und dann geht das wieder. Jetzt geht's wieder. Hä? Okay, das hat... Äh, ich bin gerade sehr ratlos. Das hatte ich sonst noch nicht. Also an kleinen, minimalen Punkten ist irgendetwas... Ja, laufen wir fast doch über die Füße. Irgendwas ist hier und dann sagt das Spiel so, mh, nö, das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Nö, nö, kein Bock. Kein Bock drauf. Ah, ja. Hm, merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ist hier unten irgendwas Besonderes? Nee. Hm. Wo kommen jetzt diese Bälle her? Wah! Oder spawnt dann vielleicht was und das ist einfach zu viel. Aber spawnt dann ganz schön schnell, ne? Dann sind wir diese Stachelkugeln da hinterher gekommen. Das ist schon komisch. Kraft nie. Ich find's ja nett, dass die hier immer mal rumrollern, ne? Aber es wär cool, wenn die auch da drüben sind, wo ich sie eigentlich brauche. Ich glaub nicht, dass die mir so weit folgen. Unwahrscheinlich. Okay, gucken wir mal hier rein. Was gibt's hier? Pass auf, was du sagst, Droide. Na, gute Arbeit. Ha? Hatte sich grad... Der Droide sich grad so mit so einem Raider angelegt und hat so einen dummen Spruch gebracht und dem Raider gefällt das natürlich gar nicht. Was ist das? Der Wand kann man auf jeden Fall langlaufen und ich kann mich wieder hochhangeln. Das heißt, ich müsste runter. Es sieht aus, als... Ja, ich muss da irgendwie hin. Ist das eine Kiste hinter dem Gitter? Ah, okay. Das geht doch bestimmt nach unten. Ganz bestimmt geht das nach unten. Ach du Scheiße, ein Stacheln. Ach du Scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Ich probier das mal. Ähm. Ähm. Oh Gott. Nein. Nein. Ja, das war... Wie soll man das denn machen? Also irgendwie so? Okay. Ich hoffe, ich bin mal wieder hoch. Harmonie. Ich hab mich nicht aufgekriegt. Okay. So. Das hab ich hingekriegt. Und dann kann ich mal diese Plattform benutzen und schauen, was das ist. Wo komm ich da hin? Wie ist dieses Metall? Dieses Priorit. Oh, ein Speicherpunkt. Hier war doch gerade auch so eine Markierung, oder? Was ist das? Ich speichere mal schnell ab. Wem sahst du das? Okay. Eins ist grün, eins ist frei. Das andere scheint blockiert zu sein. Das sieht aus wie Areale. Die... Die ist wie so eine... große Festung. Da ist das Tor. Da, wo wir durch müssen. Sieht aus, als könnte ich die nacheinander freischalten. Hm. Ja, keine Ahnung, was das ist. Aber der Gang sieht jetzt auch nicht gerade vertrauenserweckend aus. Wie sieht das hier aus wie so ein... wie so eine Auswucherung, die ich gerade nach mir greifen will. Hm. Und das sieht alles sehr hochmodern aus. Oh je. Ich ahne, schlimm ist... Topferräder! Hm. Blockiert. Das ist auch rot. Okay. Okay. Ich frage mich, wofür das war. Muss ich bestimmt näher anhalten oder so. Okay. Aktivieren. Gar nicht mal so schlecht für eine verlassene Anlage. Ähm. Ich hab jetzt irgendwas aktiviert. Und da sieht man auch immer so goldene Sachen. Aber... Was hab ich aktiviert? Ich glaub, das kann ich alles noch nicht machen. Ey, das Spiel lief die ganze Zeit so gut, ne? Und jetzt... Ich weiß nicht, was das hat. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einfach mal neu starten. Äh. OBS meldet auch immer Codierungsüberlastung, seh ich gerade. Ganz komisch. Ich kann mir das null erklären. Also ich hab jetzt in dem Spiel fast zehn Stunden gespielt. Zehn Stunden, in denen ich keine Probleme hatte. Es war alles in Ordnung. Ich spiel hier auch nur auf Mittel. Na, ich hab hier nicht keine ultrahohen... ...Texturen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin völlig ratlos gerade. Ich habe grad zwischen den Folgen jetzt hier die vier Stück, die ich aufnehme, auch nichts weiter getan. Also ich hab weder, äh, den Rechner neu gestartet, ich hab kein Update gemacht, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab einfach nur nach und nach einfach weiter aufgenommen und gespielt. Wo hab ich denn jetzt bitte den Druiden und den Raider gehört? Verstehe ich nicht. Ich hab die doch laut... Ah ja. Rechts von mir sind zwei. Drei. Hallo. Sehr schön. Das ist jetzt freigeschaltet, okay. Ganz schade, dass ich die Frau nicht noch mal getroffen habe. Oh. Was war das denn gerade? Oh. Oh oh. Upsi. 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 Okay, was haben wir denn hier hübsches? Auf jeden Fall... ...irgendwas, wo ich an der Decke lang klettern kann. Hmm. Ne? Doch. Och. Hab ich mir schon gedacht. Aber warum kann ich hier eine Decke? Naja gut. Wird schon, wird schon Sinn haben. Die Kletterpartie. Oh. Ich gehe da. Ah, ich komme. Wow, wow, wow. Ja, 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 ist ja gut. Ey. Ist der wütend. Wow. Hilf dir, hier. Iks. Ich wollte den Kampfsteer ändern. Willst du mir mal, Baby? Oh. Alter, ich guck mich. Die sind ja alle so ultra stark. Ich habe das Gefühl, ich kann überhaupt nichts schaffen gegen die. Ah. Okay. Ich habe echt das Gefühl, ich sollte mich hier noch mit gar nichts anlegen. Okay, machen wir die zwei. Also, das soll ja sowohl der stärkste Kampfstil sein. Ja, dann lasse ich den jetzt erstmal drin. Oh, Mann. Uiuiuiui. Uiuiui. So. Ich wollte doch nur noch etwas erkunden. Ich wusste gar nicht, dass du Bedürfnisse hast. Hey, wer bist du? Wechsle Position. Wann ist es vorbei? Sie hat eine solide Verteidigung. Ich werde sie töten. Wir verlieren einheitlich. Oh, Mann. 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 Oh, Mann, 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 Oh Boing. Okay, da brauche ich erstmal da hinten nicht hinlaufen. Gibt sowieso nur ins Gesicht. Da würde ich hochkommen. Dann gehe ich mal da hoch. Was? Was, was, was? Was ist das? Glänzende Muschel. Torgis glänzende Muschel. Die Bewohner des Außenpostens können von Torgils Begeisterung ein Lied singen, als er eine bemerkenswerte Muschel gefunden hatte. Und von seiner Verzweiflung darüber, dass er ihn wieder verloren hatte, um diese Muschel scheint es sich hier zu handeln. Obgleich sich das weder beweisen lässt, noch einer Untersuchung, einer weiteren Untersuchung würdig ist. Ja. Ich versuche jetzt mal da hochzukommen. Oh. Oh. Hi. Was haben wir denn hier? Ach man, wieso müssen die immer gleich... Danke. Hätte sich selber in die Luft gespringt, der Vollpfosten. Hier ist nix. Da ist ein Speicherpunkt. Ach ja, das ist das große Fieken, dass wir schon mal gekämpft haben. Und ich versuche jetzt zu diesem Zor zu kommen. Okay, weiter geht's. Ja. Und zwar... Ich schaue genau wie du. Ja, und das ist peinlich. Okay. Und wie... So eine heiße Quelle oder sowas. Da oben steht eine Kiste. Aber wie soll man denn da hochkommen? Wie? Was sagt denn die Karte? Hoch? Ja, da will ich hoch. Würde irgendwie da hinten hochgehen, ne? Und dann hinten durch. Dann kommt man da wieder raus. Und da steht nämlich eine Kiste. Genau. Ähm. Da oben. Ja, eine Truhe. Genau. Nicht gesammelt. Ja, das habt ihr auch schon gesehen. Die hätte ich gerne. Ich habe Sichtkontakt. Ihre Zeit ist um. Waffe aktivieren. Systemschaden. Andere fortsetzen. Begeben Sie sich nicht schneller. Moment. Bin gleich wieder da. Was? Mist. Ich dich auch. Was? Was hast du gesagt? Habe ich es nicht verstanden. Ha. Sorry, Dude. Aber die Klinge sieht man deutlich. Dass du gerade ums Eck stehst und wartest. Mhm. Oh nein. 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 Äh. Kannst du was machen? Au. Tschüss. Jo. Tschüss. Na, hecke mal. Faktisch. Wahrscheinlich eine neue Hose. Nice. Die andere hat auch so. Er hat so coole Taschen. Die sieht auch halt schick aus, ne? Ach ja. Gibt sogar neue Stiefel dazu. Aber noch keine Farben. Nee, tut mir leid. Du musst die andere erstmal anbehalten. Außer mal die Knieschoner. Wir brauchen welche. Fliegen so oft hin. Oh, ich werde das erstmal speichern. Zuck. Halten wir einen Moment an. Einen ganz kleinen Moment. Wie viele Stimpeaks haben wir noch? Zwei. Okay. Cool. Und wir müssen irgendwie auf die andere Seite. Aber das mit der Brücke ist ein bisschen weit. Und ich bin hinter diesem Vieh entlang. Ich guck mal, ob ich da nochmal dagegen kämpfen muss. Oder ob ich das so schaffe. Ja, da geht's ja irgendwie hoch. Aber wie kommt man sonst da hinten hoch? Gar nicht. Ich seh nichts an der Wand oder so. Okay. Ja, ja. Ich mag dich auch. Ganz tolle. Du bist die tollste, orangenste Vieh, was ich gesehen habe. Bisher. Hinterher. Nö. Na, J sei Dank. So. Hier vorne könnten aber nochmal Raider sein. Hier vorne an der Kante. Da waren ja vorhin auch welche. Ich weiß nicht, ob die wegbleiben. Ich höre gerade marschierende Schritte. Ah ja. Okay, ihr könnt erstmal nur unten bleiben. Ah, da sind die Raider. Ich hab's gewusst. Alter, Finne. Alter, Finne. Der Feigling ist geflogen. Alter, Finne. Wir werden Helden sein. Au. Alter, Finne. Lass das. Fast. Ich kann ihn nicht treffen. Hat er. Ja, hat er. Uh, das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Ach, wow. Okay, jetzt darf ich's öffnen. Es geht los. Öffne das Zoo zum Wald. Ziel erreicht. Erreiche die Waldanlage. Na dann. Auf geht's. Wow. Schneiden. Ah, hinten. Das sieht schick aus. Oh. Und irgendwelche rot leuchtenden Bots, Droiden. Ich bin gespannt. Äh, ja. Aktiviert das mal. Aber ich glaub, die greifen uns an. Ist wohl blockiert. Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Ja. Geht nix hin? Das bringt nichts, BD. Aber ich will es trotzdem nochmal probieren. Lass mich probieren. Lass uns mal hier lang gehen. Boah, das ist doch nicht wahr. Mann. Ich kann aber nicht so schnell dahin rennen. Das geht nicht. Ich aktiviere die ganze Zeit irgendwas. Warte. Irgendwas vergessen? Boah, das leckt. Was, was lädst du denn, bitteschön? Spiel, PC, was ist los? Was lädst du? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, pass auf. Ich mache mal einen Cut hier und werde mal den Rechner neu starten und gucken, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Es ist auch super nervig. Ich kann gar nicht weiterspielen. Aber ich kann mir gerade nicht erklären, was hier eigentlich los ist. Trotzdem vielen lieben Dank. Ich hoffe, du konntest es trotzdem irgendwie genießen, die Folge anzuschauen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du wieder reinschaust. Und vielen lieben Dank. Lass auch ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich...